Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hey there people in the internet. Herzlich Willkommen zum dritten Recap der Serie The Penguin hier beim Tele-Stammtisch. Euch begrüßen die drei Flitz-Piepen, die auch schon mal Comics gelesen haben. Moinsen Maurice, Moinsen Heiko. Moinsi. Hallo. Ich bin der Andi und wir drei Jungs haben Bock über die dritte Folge zu sprechen, sie wieder ausführlich zu recappen. Und ich habe das Gefühl, diesmal könnte es sich tatsächlich lohnen, denn irgendwie passiert hier verhältnismäßig viel und sowieso und ganz tolle Dinge. Ich möchte euch einfach mal, um so ein bisschen so reinzukommen, mal die interne Beschreibung der dritten Folge. Die hat genau einen Satz für Bliss, also eben die dritte Episode zu geben. Also es geht um vier, glaube ich zumindest. Mal gucken, ob das der Fall ist. Maurice, du hattest die von uns dreien als erstes gesehen. Wie waren so deine ersten Eindrücke nach dem Schauen? Ja, ich glaube, ich müsste jetzt im Chat nochmal hochscrollen, aber ich glaube, ich habe euch direkt geschrieben, oh, diesmal haben wir Gelegenheit, im Podcast auch wirklich mal über die Folge zu reden, anstatt über Meta-Kommentar, weil einfach wirklich ja viel passiert und für mich persönlich auch einfach viel endlich Gestalt annimmt, dass ich mich investieren kann in diese Serie. Wie investiert warst du denn, Heiko? Nach dieser Folge bin ich deutlich mehr investiert. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde mal sagen, beste Folge bisher, oder? Ja. Ja, würde ich auch sagen. Also ich finde, wir haben hier richtig viel, ja klar, super spannendes Ende, vor allem, aber finde ich, wir haben, das ist die Folge, in der sie auch ihr Budget mal benutzen, um ein paar Spezialeffekte und ein paar spektakulärere Szenen zu zeigen, um mal da schon vorwegzugreifen. Aber vor allem ist es die Szene, die so endlich mal ein bisschen mehr über, ja, in die Charaktere reingeht. Also gerade Vic bekommt richtig viel zu tun. Ich finde, der Pinguin selber hat auch richtig viel zu tun. Also es ist eine schöne Charakter-Folge, die auch noch zwischenzeitlich ganz spektakulär aussieht und auch noch spannend ist. Also, ja, die Folge kann was. Da bin ich total bei euch. Ich finde, das wäre so ein Beispiel von, hätten sie mal bestenfalls die ersten drei Folgen am Stück veröffentlicht. So wie sie das bei The Boys gemacht haben, so wie sie das jetzt auch zuletzt getan haben bei The Rings of Power, der zweiten Staffel, da kamen dann auch drei auf einmal, damit war fast schon die halbe Staffel rum. Das hätte sich hier auch angeboten, gerade auch, weil wir hier am Ende der dritten Folge ja so einen Cliffhanger haben. Und weil es womöglich eben die stärkste bis jetzt gewesen ist, halte ich das vielleicht sogar für einen Fehler, die hier zumindest nicht zu Beginn in so einem Bündel zu veröffentlichen. Das wäre wahrscheinlich ganz gut gewesen. Ja, da geht's los. Wir starten volles Rohr rein in eine Episode, die ganz viele spannende Sachen zu erzählen hat. Wir lernen, wie wir schon sagten, verschiedene Figuren besser kennen. Unter anderem Victor. Sag mal, Maurice, der Victor, was ist denn das eigentlich für ein Typ? Er gehört halt einfach zu Gotham's Youth. So, wir sehen halt, in der Serie wird viel über die Upper und Lower Class vom Gotham City ja auch geredet. Und das ist ja auch was, was sowohl in den Comics als auch in anderen Adaptionen, wenn man mehr über Gotham erfährt, ja eigentlich immer ganz gut gezeigt wird. Was aber auch ein großes Theme in The Batman war, dass es halt einfach Menschen gibt, die privilegiert sind und welche, die es nicht sind. Und wir kriegen direkt am Anfang der Folge einen Einblick in, was du ja eben schon in der Zusammenfassung auf Englisch erwähnt hast, in das alte Leben von Vic. Denn das startet mit einer Rückblende. Und dann kriegen wir auch endlich das, worüber wir uns ja die letzten Folgen ein bisschen geärgert haben, endlich mal eine direkte Verknüpfung zum Film nochmal. Also wir sehen nämlich jetzt mal aus der Perspektive von einem normalen Menschen, wie schrecklich das einfach ist, wenn ein Terrorist einfach die Stadt überflutet. Und das ist auch das, wo halt das Budget ordentlich reinknallt. In der Szene zum einen später dann nochmal. Und wir erkennen halt ein bisschen mehr, wie Vic überhaupt in die Situation gekommen ist, dass er jemanden wie Pinguin überhaupt ausrauben wollte. Oder er wusste ja nicht, dass er den Pinguin überfällt, sondern nur eine schicke Karre. Und sehen halt auch Charaktere aus seinem Leben, nämlich seine Familie und auch die Person, die in den letzten Folgen ja schon immer Nachrichten geschrieben hat auf sein Handy. Also da übergebe ich jetzt einfach an Heiko. Ja, seine Freundin. Wie heißt sie? Cinnamon oder? Graziella. Ist das amdb? Graziella steht auf dem Handy, weil ich habe es gerade parallel laufen, da steht Graziella. Ein Name, den ich nicht so oft gelesen habe bis jetzt in meinem Leben. Ja, aber ich fand eine interessante Sache eben, ich hatte gar nicht so gedacht, dass er tatsächlich eine Freundin hat. Er wirkt ja eher so ein bisschen zurückhaltend, vielleicht auch mit seinem Stottern. Aber die beiden knutschen ja zumindest. Die sind ja wohl ein Item, würde ich mal sagen. Und sie selber sagt, sie will hier abhauen aus Gotham, sie hat keine Lust mehr. Oder sagt sie das schon da? Ja. Das kommt erst später, glaube ich, wenn sie dann in dieser Szene in Vancouver ins Apartment. Aber ich glaube, sie macht schon klar, dass sie eigentlich irgendwie sich ein bisschen mehr erhofft. Und er ist so, ja, aber so schlimm ist es jedoch gar nicht. Und dann explodiert halt die halbe Stadt. Und wir sehen irgendwie, wie die, ja. Ich wollte nur kurz sagen, das war so ein bisschen wie das Musical The Heights, nur halt in Gotham. Also der Dude, der eigentlich das ganz schön findet, da wo er ist und das im Detail irgendwie das cool findet. Und dann seine große Liebe, die aber halt in die große und bessere Welt will, weil man nur da noch eine Chance hat. Ja, total. Aber habt ihr es auch direkt zu Beginn als so einen Rückblick erkannt? Ich habe das gar nicht erkannt. Im Nachhinein ist es natürlich klar, weil man ja sieht, was dann passiert. Aber so die ersten Minuten wusste ich nicht, ob er nicht vielleicht einfach gerade mal Pause hat, Feierabend quasi, und sich mit seiner Freundin trifft. Das hatte mich irritiert, weil wenn er einfach zu seinen Eltern geht und irgendwie mit denen quatscht, das wirkt ja in den Folgen davor auch schon so, als ob er da nicht darauf antwortet, wenn er angeschrieben wird. Und wir haben ja auch gehört, dass es in den Gegenden von Gotham, wo er eben wohnt, eigentlich auch ziemlich schlimm sein soll, nach der Attacke vom Riddler. Von daher habe ich da schon recht schnell geschaltet, dass es wohl jetzt ein Flashback ist und wir so ein bisschen was über ihn erfahren. Und übrigens, wie ging es euch denn? Weil ich musste natürlich sofort, als wir die Explosionen gesehen haben, musste ich an die Szene in The Batman denken. Und ich weiß noch, wie ich damals im Kino gesessen habe. Und dieser Film, der geht ja eine Weile, bis wir zu dieser ganzen Riddler-Explosionssache kommen. Der geht ja schon irgendwie zwei Stunden. Und ich dachte die ganze Zeit, ja, der Riddler ist jetzt im Knast oder in Arkham. Der Film ist jetzt gleich vorbei. Und dann beginnt dieses komplette letzte Drittel. Und irgendwie kam es mir im Kino schon so vor, das war so unfassbar schnell erzählt. Ich glaube, Batsy und Riddler sind in Arkham und reden. Und während die beiden miteinander sprechen, sehen wir so Bilder von den Wassermassen, die jetzt irgendwie die Stadt fluten. Und ich dachte, ist das jetzt eine Traumsequenz? Ist das irgendwas, was der Riddler geplant hat? Und das ist dann aber so passiert. Einfach so, sehr, sehr schnell. Und dementsprechend fand ich es viel schöner, das jetzt mal aus einer anderen Perspektive zu sehen und so ein bisschen mehr so die Gewalt davon zu spüren. Ja, es wirkt schon krass, auch wenn dann so, die sind dann auf dem Boden ja geknallt aufgrund der Explosion und der Boden vibriert und diese Steine, die da auf dem Boden liegen. Das war eine ganz andere Perspektive. Und das sieht auch wirklich schön aus. Es ist musikalisch toll untermalt. Man nimmt den Figuren sofort ab, dass da Panik herrscht. Er ruft ja auch unmittelbar seine Eltern an, denen er quasi ins Fenster gucken kann und kann letztlich auch den Moment mitnehmen, wo halt diese schieren Wassermassen, die Tonnen an Wasser dagegen das Haus drücken, in denen die Eltern aktuell noch drin sind. Und dann weiß er dem Moment ja eigentlich schon, wo der Hase langläuft. Das war sehr beeindruckend, wie ich fand. Und hat dann spätestens für mich auch klar gemacht, okay, ist wohl doch ein Rückblick. Ja, und ich finde es auch ganz gut, dass sie nicht sowas haben, dass sein Stottern jetzt nur wegen einer traumatischen Sache irgendwie kommt, sondern das halt eben, was ja finde ich auch dann direkt im Anschluss auch der, also was ja dann passiert als Pinguin ein bisschen später, sieht man ja Pinguin mit ihm ja auch in einem Restaurant sitzen. Und wir sehen auch Vic nochmal in der Situation, dass er halt mit seinem Stottern zu kämpfen hat und jemand ihn halt unterbricht, um seinen Satz zu beenden. Und der Pinguin, der ja selber jemand ist, über den viel gelacht wurde oder über den hinweg gesehen wurde, eingreift und halt, ja, eigentlich schon fast rührend, würde ich sagen, was sehr Pädagogisches macht. Nämlich eben zu sagen, hey, nimm dir die Zeit, nimm den Raum ein, du darfst ausreden, du hast einen Platz in dieser Welt. Und dass halt die Serie nicht nur darauf aufbaut, ah, da ist jetzt halt jemand, der stottert, weil der hat halt irgendwie was Dramatisches erlebt, sondern das ist halt was sehr Alltägliches ist. Weil es gibt ja auch in unserem mittelbaren oder unmittelbaren Umfeld Leute, die ja so eine Spracheinschränkung haben und wie man mit denen umzugehen hat. Also ich finde immer so Visibility von sowas ganz gut und wenn das nicht immer so was Freakiges ist, versteht ihr, was ich meine? Also oft ist es ja dann immer so, ach ja, der hat so einen Zucken im Auge, weil der wurde mal von einem Auto angefahren als Kind. Ja, dir ist was Schlimmes passiert, dir muss irgendwas ganz Traumatsches passiert sein. Gimmik halt, ja. Du bist halt einfach so. Ja, ja. Und nee, es ist einfach so. Und er hatte das halt auch schon in der Rückblende und das war für mich so kurz, ich hatte halt nämlich damit gerechnet, ehrlich gesagt, dass das daherkommt. Aber das hat so ein bisschen die Fährte für mich erst falsch gelockt. Also wenn wir so den Rückblick oder die erste Szene so ein bisschen hinter uns lassen, fandet ihr nicht auch, dass das die Folge ist, ich hätte die, die hätten die eigentlich Penguin Vice City nennen sollen, weil ich finde, der Penguin hat in dieser Folge so viele geile 80s Outfits an, wo man richtig gemerkt hat, okay, die Garderobe hat in diesem Film einfach, ey, was könnten wir dem alles anziehen? So Best-of-80s-Drogenbaron-Klamotten und Street-Pusher-Klamotten. Ja, vor allem auch der Anzug, den wir übrigens auch gerade im Titelbild sehen, liebe Podcast-Hörenden oder YouTube-Schauenden, wie auch immer ihr das macht, das ist unter anderem so ein schicker weißer Anzug, der sich da wirklich super anbietet. Aber was wir vielleicht noch, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen wollen, nochmal zu Vic und der Familie. Wir müssen uns ja mal ein bisschen fragen, wie wir Vic bis jetzt kennengelernt haben und welchen Mehrwert und Einblick wir letztlich aktiv bekommen haben. Zuletzt haben wir ihn kennengelernt als die Person, die halt versucht, die Radkappen oder was auch immer zu klauen. Und die, ja, jetzt scheinbar irgend so ein Gang-Typi von der Straße ist. Vielleicht schon noch irgendwie nicht ganz so hart, wie er gerne wäre, aber letztlich einfacher Junge von der Straße. Aber wenn wir hier dann doch diese ersten Szenen haben, wo wir die Familie kennenlernen, dann fallen durchaus verschiedene Sachen auf. Es gibt unter anderem diesen Dialog mit dem Vater, wo er den Vater fragt, hier fordert er einfach mal mehr Geld, weil mehr Geld ist halt jetzt irgendwie auch ganz gut für uns. Und er sagt, ja, müssen wir gar nicht, brauchen wir gar nicht und überlegt doch mal, wie es uns jetzt hier geht, welchen Status wir bereits haben und überlegt mal, wo wir herkommen. Also es ist scheinbar irgendwie eine, ja, eine aufstrebende Erfolgsgeschichte, eine Aufstiegsgeschichte. Das muss man schon mal sagen. Wenn man sich dann noch vor Augen hält, das Vic zu dem Zeitpunkt, wo er mit den Eltern da interagiert, ja auch einen Poloshort trägt von Tommy Hilfiger. Und wenn man weiß, dass die Dinger jetzt auch nicht so günstig sind, da muss man schon sagen, der kommt offensichtlich aus einer, jetzt keiner wohlhabenden Familie, davon sind sie weit weg, aber aus einer besser situierten Familie, als ich es zunächst vermutet hätte. Und auch die innerfamiliäre Kommunikation scheint recht liebevoll zu sein. Man mag sich und respektiert sich. Und auch die Interaktion mit der Schwester ist irgendwie viel Augenkontakt. Da ist auf jeden Fall eine Ebene da, in diesen wenigen Momenten, die wir da überhaupt wahrnehmen, von denen wir wohl so viel auch gar nicht mehr in der Serie sehen werden, da merkst du sofort, okay, eigentlich ist das ein guter Junge aus einer guten Gegend, aus einem guten Haushalt zumindest. Und der sollte entsprechend eigentlich auch eine gute Zukunft haben. Und das macht es dann doppelt erschreckend, was für einen Weg er zusammen mit Ossi Cobb dann letztlich einschlägt, nämlich die des Gangsters. Und das ist schon ganz schön der Bruch in seiner Vita. Ich glaube, die Gegend ist jetzt nicht so gut. Also sie sprechen ja auch darüber, dass irgendwie das alles so ein bisschen abgefragt ist. Aber die Familie wirkt zumindest so ganz intakt. Und der Vater spricht ja auch an, der Vater hat offensichtlich ein bisschen Angst, dass der Sohn vielleicht auf die schiefe Bahn geraten könnte, weil er will ja wissen, mit wem er sich da trifft, um irgendwie abends das Feuerwerk anzugucken. Und ob da irgendwie Typen dabei sind, die irgendwie in der Gang sind. und Vic sagt ja, nee, nee, der ist ja gar nicht da. Wie nennt er ihn hier? Nicht Snails, aber irgendwie sowas in der Art. Slimy, slinky, irgend so ein Typ. Offensichtlich, die sind ja Trouble. Und als die dann alle sich auf dem Dach treffen und seine Freundin auch sieht, dass dieser Kerl, dieser Kleinkriminelle auch da auftaucht, sagt sie ja auch, oh, ich hab keinen Bock auf den. Also man sieht so, da ist eine, er kommt aus einer intakten Familie, aber es gibt natürlich schon irgendwie die Befürchtung, wenn du hier länger bleibst, dann gerätst du vielleicht an Leute und du kommst irgendwie dann doch auf die schiefe Bahn. Und das will natürlich sein Vater vermeiden. Und nachdem die Familie dann komplett stirbt bei dieser Attacke, ist es ja genau das, was passiert. Er wird ja, wir sehen ihn ja zum ersten Mal als Radkappendieb. Typ, also das ist ja schon petty crime, nachdem der gute Einfluss der Familie wegfällt. Und ja, vielleicht auch der gute Einfluss der Freundin, bei der er sich nicht mehr gemeldet hat seitdem. Was echt ein bisschen schade ist eigentlich. Die lernen wir ja dann doch ein bisschen kennen und man hat das Gefühl, da ist irgendwas zwischen denen, das ist echt und das ist glaubhaft. Und wir werden die Sinne vielleicht später nochmal genau auseinandernehmen, aber ob er, wie er sich dann entscheidet, für wen und warum, finde ich erstmal schwierig und wenig nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Dass die letzten Tage einen so dermaßen großen Einfluss auf ihn gehabt haben sollen, mag ich fast nicht glauben. Andererseits kriegt er hier das erste Mal, wahrscheinlich in seinem Leben, richtig gute Bezahlung, nämlich 1000 Dollar pro Woche auf die Hand. Das ist schon gar nicht schlecht für so einen jungen Mann, oder? Ja, also kann man, also die Frage ist halt, wie viele Stunden arbeitet der? Ich weiß gar nicht, ob das umgekehrt Stunden lohnt ist. Ja gut, Stunden ist das natürlich. Und du musst dann auch noch bei deinem Schäften auf dem Sofa pennen. Genau. Krieg keine Zahnzusatzversicherung. Ja, exakt. Nee, und natürlich die Gefahrenzulage. Also ich meine, wir haben ja jetzt schon gesehen, er musste ja auch, er ist ja schon in eine relativ haarige Situation gekommen und kommt in der Folge auch noch in gefährliche Situationen. Also so geil bezahlt finde ich jetzt, ich weiß nicht, 4000 Dollar im Monat nicht dafür, dass er eigentlich in den Knast wandert oder abgeknallt werden kann an jedem Tag. Essen inkludiert, muss er nicht zahlen. Oh, na dann. Stimmt, und Klamotten. Klamotten kriegt er auch. Stimmt, ja. Also es ist natürlich schon, es ist wahrscheinlich besser als ein Leben auf der Straße, aber dass er dieses klassische Ding, Kind von der Straße kommt zu einem Gangster, Boss und kriegt das schöne Leben gezeigt und er lebt quasi all das, was ja seine Freundin oder seine Situationship quasi sich wünscht, so ein besseres Leben, Geld, einfach entspannt in einer hübschen Bude zu hocken. Aber wir haben ja dann in der Folge, jetzt lassen wir mal den ganzen Plot von Pinguin, da können wir ja gleich drauf eingehen, ist es ja auch so, dass er zum ersten Mal auf einen der Anrufe reagiert und sie zu sich, beziehungsweise in die Crib vom Oz einlädt, wo ich immer schon... Bad Case. Oh mein Gott, mach das nicht, das ist doch wieder was, wo alles schief geht. Und auch als dieser Moment, als er zwei Bierflaschen auf den Tisch stellt, war ich so, oh, hoffentlich schüttet er die eine Bierflasche weg, weil das immer so diese typische Filmlogik ist, so von wegen, hey, ich mache was total Verbotenes, bin aber auch der dümmste Idiot in der Galaxie und lasse jede Spur offen und das hat man mich sofort ertappt. Aber anscheinend war das gar kein Dramathema in dieser Folge. Das hat mich positiv überrascht, weil ich hasse sowas. Sondern er zeigt ihr dann, in was für einer Welt er lebt und warum er sich nicht gemeldet hat. Und bei all ihrer Begeisterung sagt sie aber, dass sie halt für sich keine Zukunft mehr hier sieht, weil sie halt einfach Gotham, also die Suburbs, die nicht so guten Viertel, die stehen halt immer noch unter Wasser, sind halt immer noch, sind so in geflüchteten Camps und sie hat halt keine Aussicht auf ein gutes Leben. Sie will halt Gotham verlassen. Und da kommt direkt wieder mein erster Beef. Als sie dann eine Stadt genannt hat, in die sie geht, da habe ich gesagt, komm, sag irgendwas Cooles außer Bloodhaven und stattdessen, also sag Keystone oder sag Metropolis oder sonst was. Central City irgendwas. Ja, genau. Und dann ist, glaube ich, Kalifornien oder sowas. Ich bin einfach so, why though, Alter? Du hast halt, das fucking DC-Universum liegt dir wieder zu Füßen. Aber natürlich, damit es nicht zu abgefahren ist, muss es natürlich eine Stadt sein, die jeder kennt auf der Welt. Und das fand ich wieder schade. Da hat man wieder gemerkt, ach ja stimmt, ich gucke ja The Penguin im Matt Reeves-Universum und nicht eine coole DC-Serie. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich total schade. Warum haben sie das gemacht? Ich meine, es gibt in DC-Universum ja auch diese ganzen Städte, die gibt es ja zusätzlich quasi nur diese DC-Städte. Und die sind vielleicht, Gotham City ist halt ein Teil inspiriert aus anderen Städten, aber die gibt es ja eigentlich nur zusätzlich. Ich habe auch mal so Versuche gesehen, das auf einer US-Karte alles einzuzeichnen, wo es liegen müsste und es ergab irgendwie herzlich wenig Sinn. Aber, ähm. Na klar, ja. Gibt es schon, aber stimmt, ich bin da absolut bei. Der ist, ähm, ein valider Punkt und unterstreicht ja eigentlich auch nur meine These, dass das letztlich eine Serie ist, die nicht im DC-Universum hätte spielen müssen. Dafür gibt es bis auf hin und wieder ein Name-Dropping eigentlich überhaupt keine Notwendigkeit. Bis jetzt nicht. Also, ich habe auch die ganze Folge so ein bisschen versucht rauszuführen oder darauf zu achten, ob es irgendeine Art von Anspielung gab. Ich habe aber auch keine gefunden. Ich weiß aber auch nicht, ob jetzt diese Bliss-Droge, ob es da irgendeine Comic-Vorlage dazu gibt. Hatte auch die ganze Zeit so ein bisschen gedacht, okay, was ist diese Mystery-Droge, die uns ja jetzt schon zwei Folgen lang angeteast wird, die irgendwie den Drogenhandel revolutioniert. Und dachte, als wir dann, um jetzt auch ein bisschen vorwegzugreifen, hier Oz und Sophia fahren ja dann zu dem Labor, wo diese Droge irgendwie hergestellt wird. Und, ähm, und ich dachte, was, haben wir jetzt hier irgendeinen Tie-In? Haben wir irgendwie, machen sie nochmal die Battle-Beginnsache, dass irgendwie Scarecrow seinen Fear-Gas oder seine, seine Furchtdroge da irgendwie anbaut. Ähm, war dem nicht so. Es waren dann irgendwie Pilze, die bluten und daraus kann man dann... Das ist wirklich die Erklärung, Alter, das habe ich auch nicht geraft. Ich habe mir jetzt nochmal, ich habe es euch schon geschrieben, die, ähm, mehr oder weniger Vorlagen halt, äh, bestellt. Das heißt also Dark Victory, Long Halloween und diese, es gibt noch so ein Special vom selben Kreativ-Team mit demselben, selben Figuren. Also die drei Bücher, wenn ich es schaffe, dann habe ich die zeitnah auch nochmal gelesen und hoffe doch darin, dann irgendetwas zu finden. Vor allem auch Verweise auf diese Droge, denn so wirklich blutende Pilze, weil halt so rote Saft rausläuft, das habe ich noch nicht gehört. Die Droge gibt es aber im DC-Universum. Ähm, immerhin. Also, äh, ja, also auch in der aktuellen Continuity. Die, 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 die kommt halt bei Titans mal vor, aber es ist halt einfach, ähm, das ist aber auch eine viel krassere Droge natürlich wieder, äh, in DC-Universum. Da geht halt darum, dass halt irgendwas, also dass das so eine, deine, deine Hirnkapazitäten irgendwie steigert. Ähm, ja. Also, ich glaube aber auch, ehrlich gesagt, das wussten die Leute gar nicht, die die Serie geschrieben haben und wenn sie es gewusst hätten, dass es das im DC-Universum gibt, hätten sie ganz schnell einen anderen Namen genommen, damit es bloß keine Verbindung zum DC-Universum gibt. Sie sagt ja, wo die Droge selbst herkommt, das ist scheinbar was, was, warum auch immer in Arkham den Menschen verabreicht worden ist, den Insassen. Da sagt Sophia, ja, frage ich dann auch nicht so genau, also wie neu kann die Droge denn sein, wenn sie schon zu medizinischen Zwecken in Einrichtung genutzt wird. Das müssen ja dann auch Experimente gewesen sein. Und da kommt die Droge zumindest her, wie sie es geschafft hat, die da rauszuschmuggeln. Wir sehen so Arkham, ja, so Behälter draußen, also so, das sieht mehr so aus wie so Bauschutzsäcke, die man halt eben vom Bau kennt, aber irgendwie müssen die ja rausgeschmuggelt worden sein, diese Pilze. Ist schon so ein bisschen, naja, also man könnte schon noch ein paar Fragen stellen, wo das eigentlich alles herkommt. Man kann es natürlich einfach auch lassen und sich dieses schöne Labor angucken, wo die Pilze aus Säcken rauswachsen. Ja, es hätte halt einfach super geil gepasst, wenn man halt in dieser Serie wirklich einfach den B- oder C-Plot einführt, dass er irgendwie Hugo Strange am Start ist oder sonst irgendwas. Oder irgendjemand, der halt in die Lore von Arkham ein bisschen mehr reinspielt. Und auch bei Hugo Strange geht's ja ganz viel darum, dass er ja denkt, er ist eigentlich der Auserwählte, der Gotham retten kann und das halt auch mit Hilfe von Drogen macht und auch Batman in die Versuchung ja gebracht wird, mit Venom zu experimentieren. Und was ja im ersten Batman-Film ja sogar eine Sache ist, er spritzt sich doch immer so geile Adrenalin und dreht dann so voll ab. Auch da wieder verschenktes Potenzial eigentlich, weil, was du gerade schon sagst, so, ja okay, in Arkham benutzen die das jetzt einfach so und jetzt schmuggelt sie das raus. Ich, kennt ihr das? Da kommt bei mir jetzt dieses Zack Snyder-Phänomen. Komm, wir lassen die mal. Let them cook. Vielleicht kriegen wir noch eine geile Auflösung dafür. Aber man hat jetzt schon so das Gefühl, man wird wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht, dass es halt gar nicht so wirklich weiter aufgelöst wird. Aber immerhin die Darstellung von dem Konsum der Droge, das war dann wieder was, wo ich das ganz cool fand in der späteren Sequenz. Aber da kommen wir ja später noch dazu. Wie finden wir eigentlich die Freundin von Vic? Finden wir die eigentlich nett und sympathisch? Gibt es da eine Chemie? Hast du da, Heiko, hast du da eine Chemie wahrgenommen zwischen denen? Zwischen den beiden? Ja, also ich meine, die hatten jetzt nicht, wir haben die ja jetzt erst kennengelernt und und ich fand die aber ganz, ganz sweet und ganz passend. Ich, du meinst jetzt die aus der Vergangenheit, mit der er jetzt wieder Kontakt aufgenommen hat. Genau. Ja, später merken wir ja noch, dass es noch eine andere potenzielle Freundin vielleicht für ihn geben würde bei den Ladies, die in der letzten Folge schon bei Oswald in der Bude zu Besuch waren. Die Damen der Nacht, da war ja auch eine, die sich mit ihm so ein bisschen angefreundet hat oder versucht hat mit ihm zu sprechen und die kommen sich ja auch ein ganz kleines bisschen näher. Aber ich finde eigentlich so seine, seinen, seinen Sweetheart von damals, ich finde die haben Chemie, die haben jetzt halt einfach wenig Zeit, wenig Screentime miteinander gehabt. Auch was für ein Verständnis die haben muss, der meldet sich wochenlang nicht und ist dann wieder am Start und. Ja, aber gleichzeitig so, beide Familien von denen sind ja komplett ausgelöscht, oder? Also hab ich das, habt ihr das auch so verstanden, dass die alle tot sind? Genau, das ist, ja, ja, genau. Ja, also. Weil halt super viele halt eben nicht auf den Häuserdächern waren am Abend. Ja. Wie alt soll der eigentlich sein, Vic? Genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen, was ihr nämlich denkt, wie alt das war, weil ich weiß nicht, ob ihr die Ultimate Spider-Man Comics mit Miles gelesen habt oder halt auch das Spider-Man Game von Sony gespielt habt. Es ist ja auch so seine Ethnicity und so ist halt mega nah dran und auch wie so der Alltag von ihm aussieht und ich fand, die Wohnung sah eins zu eins aus, wie die Wohnung von Miles im Spider-Man Game aussieht. das fand ich irgendwie ganz interessant, dass das so, ah, so stellt man sich einfach Dominikan-Einrichtungen vor, so ist das dann so und ich konnte halt total schlecht lesen, okay, ist er jetzt halt 16, 17 oder ist er halt 25, was aber auch natürlich an dem, ich nenne es mal CW, Archie Comics Problem liegt, dass immer Teenager von viel zu alten Menschen gespielt werden, weil man das einfach voll schlecht lesen kann, aber ich hab halt schon gedacht, dass er halt unter 20 ist, weil die haben ja auch darüber geredet, dass die ja irgendwie Education noch machen wollen oder so oder halt irgendwie, ja, an dem Punkt sind und ich glaub so, diese Gangs, das ist auch immer was so sehr Jugendliches noch, aber, ähm, wir kriegen ja einen schönen Hoffnungsschimmer, weil sie bietet ihm ja an, komm mit mir in ein besseres Leben und auf einmal kriegen wir halt einen Wick zu sehen, der halt vor einem noch größeren Dilemma steht als vorher und zwar traut er sich die Wahrheit zu sagen der Person gegenüber, die ihm zum ersten Mal im Leben ernst nimmt und etwas beibringt, weil man sieht ja auch, dass, ähm, Wick in der Reiberei mit seinen Eltern dieses Gefühl hatte, dass er halt nie ernst genug genommen wurde und dass er halt wenig Respekt davor hat, wie sein Vater sich ausnehmen lässt, also, oder was heißt, ähm, sein Vater hat nicht so viel Geld gekriegt, wie er nehmen könnte und er fand das immer doof an seinem Vater, dass er sich nicht das genommen hat, was ihm zusteht und jetzt hat er jemanden, der ihm das quasi perfekt vorlebt, aber dem muss er jetzt sagen, du, kein Bock mehr, ähm, ich, ich lass dich jetzt im Stich, äh, mehr oder minder und das fand ich eine ganz süße, ein ganz süßes Dilemma, wie das dargestellt war, das, weil, ähm, die Serie ja die ganze Zeit auch so Momente hat, dass man Sympathie mit Oswald haben soll und er ist ja trotzdem immer mit dem Arsch einreist, aber anscheinend Oswald selbst, der ein bisschen gefangen gehalten wird, aus unserer Sicht, hat Sympathie zu Os und er sagt das ja auch ganz klar, dass er ihn ja nicht einfach zurücklassen kann, so. Ja, aber es ist eine gute Frage, wer alt der eigentlich sein soll, also die Figur selbst wird wohl irgendwas zwischen 16 und 18 sein sollen, wäre eine Schätzung, aber ich sehe gerade, der Schauspieler ist Jahrgang 97, das heißt, zur Ausstrahlung der Folge ist der 27 Jahre alt und fast 30. Das ist schon interessant, ne, also man sieht es ihm nicht so, also, was sieht man es ihm an, ich finde es glaubwürdig, ich finde auch, der Code geht total durch als, keine Ahnung, 17-Jähriger oder sowas. Ja, das würde ich auch sagen. Die Frage ist ja auch, wie alt ist denn Oswald? Also, weil, das ist ja auch nochmal was, ich finde dadurch, dass er ja als einziger Charakter in der Serie so krass aussieht, das ist was ja, finde ich, manchmal dann doch ein bisschen durchscheint, wenn man ihn neben anderen Figuren stehen sieht, gerade bei Tageslicht, den Szenen, also man sieht, dass das ganze Make-up und die Prosthetics dafür gemacht waren, einen Kobbelpott zu zeigen, der halt im Nachtclub rumwatschelt und wenn man ihn dann in Tageslicht sieht, denkt man halt auch immer so, holy shit, Junge, wie alt soll es überhaupt sein und die Leute, mit denen du abhängst, so wie alt seid ihr alle? Also man hat wirklich kein so richtiges Gefühl, es gibt so die Erwachsenen und die Jugendlichen Gefühle. Also Colin Farrell ist, glaube ich, 48 und also so könnte Os auch sein, ist einfach schlecht gealtert. ja, ja, das stimmt, aber er ist auch, das stimmt, das ist alles so ein bisschen, ein bisschen zeitlos, es ist auch, es wirkt auch, ja nicht 100% modern, das ist ja auch so eine, so eine, ja, nicht ganz so stilisiert wie jetzt, keine Ahnung, in dem Tim Burton Film, wo du wirklich denkst, was für eine Welt spielt das, dass du irgendwie, aber es ist auch nicht so eine komplett supermoderne Welt, also ich weiß nicht, ob die, na wobei, die haben schon alle wahrscheinlich iPhone und so Zeug, die haben krasse Handys, ja, nee, nur er selber ist halt so eine, so eine nicht ganz so moderne Figur, er könnte halt auch aus den letzten, weiß ich nicht, aus den 70ern, in den 70ern genauso rumgelaufen sein, von seinem Look her, oder eben mit seinem 80er Bomberjäckchen oder was er da am Anfang an hatte, äh, oder weiß nicht, so eine dünne Lederjacke, sah auf jeden Fall alles besser aus, als in den letzten Folgen, wo er diesen langen Mantel anhatte. Hm. Also ich überlege gerade, der lange Mantel, warte, was war das nochmal, ach, jetzt müsste ich die Folge gucken. Ah, das war wieder bei der Beerdigung, sein langer Mantel. Ah ja, okay. Okay, dann wäre sicherlich nochmal der Zeitpunkt, wo wir auch nochmal drüber sprechen müssen, wie das jetzt eigentlich genau mit der Sophia aussieht, die ja dann doch irgendwie eigene Pläne hat und sich innerhalb der Familie durchsetzen muss. Da gibt es ja diese von Michael Kelly, die gespielte Figur namens Johnny Vitti und die drückt ihren Ticket in die Hand hier, flieg mal weg, im Auftrag ihres, das ist ja dann ihr Cousin oder sowas, glaube ich, also quasi der aktuelle Chef der Familie Falcone oder Falcone und der will sie in Italien sehen und dann gibt es halt so ein bisschen die Ansage, na entweder du fliegst da jetzt gefälligst hin oder aber ich erzähle allen, du wärst dort im Sinne von, dann bist du halt tot. Das ist schon interessant, dass der Buchhalter der Familie sich einfach so ein Statement rausnehmen kann. Das ist schon nochmal deutlich aggressiver, als ich zuletzt den Eindruck hatte, wie die innerfamiliären Verhältnisse sind. Und das hat mich überrascht, aber auch ein bisschen, fand ich aber trotzdem, ich fand es aber eigentlich gut. Ich sehe den ja ganz gerne in Michael Kelly. Wie waren da so eure Eindrücke? Also er ist nicht Buchhalter, er ist, glaube ich, Underboss, wird jetzt in der Folge auch nochmal konkret gesagt. Also er hat schon einen hohen Rang. Er ist, glaube ich, der Typ direkt unter dem Boss, so von der Hierarchie. Und ich glaube, in den letzten Folgen hat man halt gemerkt, dass der jetzt einfach ein bisschen genervt ist von Oswald und ihr. Und die stört halt, die stört ihr bei dem ganzen Geplane. Und sie muss jetzt aber gute Miene zum bösen Spiel machen, weil sie ja ihren Racheplot hat, zusammen mit dem Pinguin. Muss ich ja sogar noch bei ihm bedanken dafür, für dieses Ticket, das er ihr gebraucht hat. Für das ausgedruckte Ticket, genau. Ja, gebucht hat. Das fand ich einen ganz guten Gag irgendwie mal. Also weil die Serie ja jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit so ein snarky, smirky Humor irgendwie reinbringt, war das dann doch irgendwie ganz, war irgendwie ganz angemessen mal, dass sie halt da auch eine weitere Seite zeigt, anstatt immer nur die, ja völlig noch traumatisierte Person zu sein. Also dass sie da auch mal zurückbellen kann. Ich finde, was halt passiert ist, aber auch ja in den letzten Folgen schon, ist, dass er als so ein Antagonist total aufgebaut wird, dass man keine Sympathie für ihn hat. Das war ja schon in der Folge davor, wie er den Pinguin so anblufft, von wegen, ah, was guckst du mich überhaupt an? Oder irgendwie sowas. Ich glaube, wir hatten das in den letzten Folgen, sodass wir, glaube ich, schon mal darüber geredet haben, dass so dieses klassische, oh, jemand macht was Böses, dann passiert dem wahrscheinlich nachher was Schlimmes, weshalb wir dann weniger Mitleid mit ihm haben, wenn ihm was Schlimmes passiert. So, und ich glaube, da erreicht das so seinen Gipfel im Unbeliebtmachen, dass er einfach ihr eine Morddrohung reindrückt, genau in einem Moment einer Verletzlichkeit. Ja, wobei ich das natürlich auch interessant finde, wie wir so generell als Zuschauer zu Sophia stehen und was sich die Autoren gedacht haben, wie wir zu ihr stehen sollen. Weil ich fand, Sophia war ja auch, ist ja auch eine sehr ambivalente Figur. Ich fand sie jetzt auch eigentlich zu keinem Zeitpunkt sympathisch in den Folgen davor, sondern eher so ein bisschen schwer einzuschätzen, was sie jetzt überhaupt darstellen soll, wie crazy ist die jetzt und so. Und das ist eigentlich auch eine der ersten Folgen, bei der man so ein bisschen Mitleid mit ihr hat oder ein bisschen Empathie mit ihr hat. Ja, überhaupt. Aber wie geht's euch denn? Findet ihr die sympathisch? Ja, also es ist ja, ich finde die ganze Serie hat ja dieses Problem, was heißt das Problem? Ich glaube, ich traue denen nicht zu, dass das deren Absicht ist und nicht im Sinne von, oh, die sind so dumm und ich bin so klug, aber ich glaube, dass das nicht so eine ganz stark konstruierte moralische Falle ist, dass man die ganze Zeit Sympathie mit Figuren hat, mit denen man eigentlich keine Sympathie haben sollte, sondern das ist ja was, in den letzten zehn Jahren Serien erzählen mit House of Cards und so weiter. Wir mögen es ja, Anti-Helden und auch Willens zuzugucken, wie sie auf andere Leute treffen, die noch böser sind. Also es ist ja so eine Entwicklung im Erzählen geworden, glaube ich. Und deswegen, man erwischt sich so, dass man, ach, jetzt doch, das war aber sympathisch. Und dann so, ach ja, nee, also wie, das war ich immer mit Pinguin, dass er eigentlich so cool sich immer einsetzt für Leute, die belittelt werden. Und dann denkt man daran, ach ja, stimmt, der hat aber auch schon viele Leute auf dem Gewissen und ist halt voll die Snitch und der Backstabber und sonst was. Aber das blendet man dann halt aus. Und darum geht es ja auch so ein bisschen, was er ja auch sagt, also Pinguin selber stated das ja auch gegenüber Vic. So, ey, dein Vater war am Ende ein guter Kerl, aber er hat es halt falsch gemacht. Im Leben gibt es nicht Helden oder Bösewichte. Alles ist grau. Du musst böse Sachen machen, um zu überleben. Du musst einfach gucken, wo du bleibst und nicht, wie es den anderen geht. Also das, da merken wir ja, dass Pinguin viele Sachen erlebt hat in seinem Leben, die ihn dahin gebracht haben. Und das ist ja eigentlich immer das Schöne an den Gotham-Willens, aber auch Helden. Gotham macht etwas mit dir, wenn du nach Gotham gehst. Und was du dann wirst, das ist so ein bisschen, ja, dein finales Urteil. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Anni, aber das ist das, was ich auch mal ganz cool fand in den Comics, dass so jeder Gotham anders überlebt oder eben auch nicht. Ja, Gotham wird ja ganz oft auch in Rezensionen, egal ob es jetzt Filme oder Comics sind, als eigenständige Figur auch dargestellt und auch so wahrgenommen, weil die Stadt irgendwas mit einem macht. Und die Stadt hat ja auch ganz viele letztlich recht bekannte Orte, die natürlich mit dem Batman-Universe verbunden sind. Sei es die Crime Alley, sei es eines der unzähligen Gargoyles, auf denen schon mal irgendwer gesessen und tief traurig oder zumindest denkend in die Stadt geschaut hat. Der Tower, generell Wayne Manor und auch viele weitere einfach Teile, die der Stadt halt bekannt sind, die man wiedererkennt. Und ja, das ist eine Stadt, die macht bestimmt irgendwas mit einem. Jetzt wird sie halt immer irgendwie anders dargestellt. Und was jetzt hier plötzlich auch ein Teil Gotham Cities ist, was mir noch überhaupt nicht in den Comics begegnet ist, ist dieses Little Chinatown. Ich weiß nicht, ob das Gotham City, ob das so ein Aspekt Gotham Cities ist, den ich einfach noch nicht kannte oder den halt hier jetzt genutzt hat, weil es halt irgendwie gerade praktisch war. Also da bin ich noch ein bisschen überfragt. Ich weiß nicht, die Triaden und Co., Yakuza und Co., war das schon mal in irgendeiner Form für irgendeinen Batman-Comic größer relevant? Vielleicht in der Black-Mask-Story oder so. Genau, also diese ganze Unterwelt von Gotham ist am Ende so ein Amalgam aus allen Unterwelten von Detroit bis New York und sonst was. Also es gibt halt auch die Triads in den Comics und es gibt halt auch auf jeden Fall chinesische Gangster-Bosse. Es gab mal so eine Back-Up-Storyline von Paul Dainey zu Grant Morrison-Zeiten, wo er Damien, einen Freund, an die Seite gestellt hat, wo Damien, glaube ich, Gotham ein bisschen kennenlernt. Und da kam das auf jeden Fall vor. Also, aber wie das ja auch so ist mit Gotham City, ich glaube, Scott Snyder und James Tinian, der Vierte, haben mal zusammen mit irgendeinem Artist mal eine Karte von Gotham gezeichnet, weil die halt versucht haben, das mal ein bisschen zu mappen. Mit den sieben Runden, oder was das ist, gell? Ja, ja, genau. The Gates of Gotham war der Comic. Und über die Entstehungsgeschichte, wie die Stadt gebaut wurde. Und ich glaube, da haben die auch versucht, das so ein bisschen abzubilden, wie diese ganze Stadt aufgebaut ist. Und am Ende kann man einfach nur sagen, ich glaube, wenn ein Batman-Autor Bock hatte, eine Geschichte zu schreiben, wo irgendeine Ethnie vorkommt, die dann jetzt so eine Klischee-Verkörperung von Gangstern ist, dann gab es die halt dann mal ganz plötzlich. Gotham Harbor fällt mir gerade noch ein als Stadtteil, der auch immer mal vorkommt. Zuletzt auch in Cape Crusader. Da war das auch drin. Ja, aber die Triaden spielen ja jetzt tatsächlich hier auch eine größere Rolle. Die werden ja dann als Anlaufstelle für den neuen Blizz-Drogenverkauf angefahren von Oswald und Sophia. Ja. Ja, denn die sind auch vertickte Spiele. Was? Ich finde, da sieht man dem Pinguin mal ganz kurz seine Stärken ausspielen. Das mochte ich. Also so dieses, wie er da seinen Shampoos rausholt als Bestechung. Das fand ich ganz charming und classic sleazy. Ja. Was aber auch sofort ins Nichts läuft. Also er bringt ja... Ich hab dir irgendwie einen Kasten guten Schnaps mitgebracht. So, ja, okay, wo ist mein Geld? Also da wird ja keine Sekunde drauf eingegangen auf den Versuch. Ja, weil er irgendwie dieser Triade oder halt diesem Typ von der Triade da scheinbar was schuldet, Geld vielleicht, keine Ahnung, weil es da um den Container voller Zigaretten, glaube ich, ging. Und der ist jetzt natürlich mit so drei Flaschen Schnaps nicht unbedingt kompensiert, dieser Verlust. Der wollte doch dort aber hin, weil der Leute sucht, die für ihn auf den Straßen die Drogen verticken. Richtig? Er will einfach Vertriebspartner. Ja. Ja, und halt irgendwie einen Laden, wo halt einfach die Droge auch erstmal getestet wird, ne? Also quasi, dass man unters Volk bringen, damit man darüber redet. So, und die besitzen halt einen Nightclub, der anscheinend ja nicht reguliert wird oder irgendwie von den Bullen überwacht wird und wo auch die anderen Crime-Familien gerade nicht mitmischen. Und das ist halt für diese Triads, das erfahren wir ja auch, dass die vor den Falcons weggetrieben wurden aus ihrem Revier oder halt aus ihrem Machtverhältnis, was natürlich es dann doppelt spannend macht, dass jetzt eine Falcone das Angebot macht, das zurückzuholen. Und wir erfahren auch ein bisschen mehr darüber, wie sie über ihren Vater eigentlich denkt und wo man aber auch nicht weiß, stimmt das denn alles, was sie gerade sagt oder sagt sie das einfach auch nur in so einem Spiel, weil sie nach wie vor ja nicht hundertprozentig transparent als Mensch erscheint. Und sie verlässt sich letztlich auch auf Ossi, der hier scheinbar überhaupt erstmal eine Verbindung hat, die sie nicht hatte. Aber diesem Triadentypi wird recht schnell klar, dass das alles vielleicht auch einfach gespülte Scheiße sein kann und deswegen will er einen Bestätigungsanruf von Luca heißt er, glaube ich. Luca ist der Chef, Luca Verkorn. Der soll doch quasi den Bestätigungsanruf machen, oder? Dieser Underboss. Nee, der Underboss, der Glatzi. Okay. Der böse Glatzi. Michael Kelly, genau. Johnny Vitti. Okay, cool. Und läuft auch ganz gut und ich glaube, das beeindruckt so viel ja auch ein bisschen, wie er das handelt. Weil ich schon das Gefühl hatte, dass die bis kurz zur finalen Szene sich ihm ein Stück weit annähert. Vielleicht nicht gleich auf romantischer Ebene, aber ich glaube insgesamt ist sie in den Szenen, die sie hier gemeinsam haben, doch relativ beeindruckt von dem, was Oswald hier abliefert. Ja, und wir erfahren ja auch zum ersten Mal in der Folge, dass die beiden eine gemeinsame Vergangenheit haben. Das wurde oder, also mich hat es ein bisschen überrascht, weil ich glaube, wir haben das nicht wirklich in den beiden vorherigen Folgen auch nur angedeutet bekommen. Er war ihr Fahrer. Das war schon mal eine Sache. Also er hat wirklich konkret direkt für sie gearbeitet. Und später, um jetzt nicht ganz vorweg zu greifen, aber sie erzählt ja auch, dass die beiden noch irgendwie eine engere Beziehung hatten. Das wird alles wieder nur angedeutet. Die ganze Serie, die gibt uns ja immer nur so Häppchen an Backstory und lässt uns jetzt hier im Podcast die Arbeit, das zusammen zu puzzeln und da irgendeine Art von Bedeutung raus zu deuten. Aber ich fand es überraschend. Wusstet ihr das, dass die beiden irgendwie eine Vergangenheit hatten? Ich glaube, es wurde angedeutet. Also weil, ja, dass er halt, also dass er auch in ihrer Schuld steht. Also dass er irgendwas gemacht hat, weshalb sie schlecht dastand. Und das ist ja eigentlich nochmal das viel Spannendere von wegen, die nähern sich an. Man merkt, dass die halt eine Chemie miteinander haben in dem Moment, wo sie ihre, ihre Schutzmauer ein bisschen runterlässt und die beide zusammen agieren. Sie ist halt zwar die ganze Zeit scheiße zu ihm und man merkt auch, da gibt es einen Grund für. Aber ich fand das dann halt relativ, es hat irgendwie Bock gemacht, die beiden zu sehen, weil das ist dann wieder das, was ich meinte, so wie man das ja aus so anderen Serien kennt. Man guckt gerne dann Bösewichten dabei zu, wie sie gegen andere böse Leute dann gemeinsam Pläne schmieden. So und irgendwie haben sie so eine ganz coole Dynamik und wir kriegen so viele Häppchen wieder, weshalb man jetzt schon wieder so ganz blöd, hätte die Folge nicht so einen krassen Cliffhanger, trotzdem wieder neugierig wäre von wegen, ach, worum es bei den beiden wohl in der Vergangenheit ging, weil meine, also es könnte ja gerade alles sein, ist er eigentlich der Hangman? Hat er Leute getötet, wofür sie irgendwie verknackt wurde? Hat der Fadler Leute getötet? Ja. Weil es kommt ja auf jeden Fall raus, dass Pinguin gesnitscht hat, dass er einfach ganz klar verraten hat, also sie verraten hat, weshalb sie nach Arkham gekommen ist und sie hat halt quasi sich aufs Messer geworfen und er hat davon profitiert, dass sie nicht mehr da war. Ja, genau. Und sie hat ganz, ganz, ganz deutlich gesagt, sie ist nicht der Hangman. Also das hat sie, was ja übrigens auch hier eine Theorie war, die wir in der letzten Episode schon überlegt hatten, dass das vielleicht gar nicht alles stimmt, dass sie im Endeffekt selber vielleicht sogar auch Opfer des Hangman war, weil sie ja diese, diese, diese traumatischen Aufwach-Episoden hat, wo sie sich den Hals blutig kratzt, um vielleicht eine, eine vermeintliche Schlinge zu entfernen oder so. Also irgendwas ist da passiert, sie ist nicht der Hangman, er hat sie verraten oder hat er sie irgendwie beschuldigt, um sie aus dem Weg zu räumen. Das ist auch nicht so ganz klar, oder? Also vielleicht hat sie irgendwas getan, hat sie irgendwen umgebracht oder hat sie überhaupt niemanden umgebracht und wurde dann fälschlicherweise, ja, eingewiesen von ihrem eigenen Vater. Was meint ihr? Das finde ich ja tatsächlich sehr spannend. Ich meine, das ist ja nun auch die Frage mit dem Hangman und ich meine, ich möchte nochmal daran erinnern, dass unser Ossi ja auch offensichtlich eine große Narbe im Gesicht hat und Goldzähne, dass da auch irgendwas frontal mal mega in sein Gesicht geballert ist. Glaubt ihr, dass diese Themen, dass diese Fragen, die wir uns hier gerade stellen, dass das überhaupt auch nur im Ansatz beantwortet wird? Ich bin da nämlich mega skeptisch. Also ich fände es ja schön, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir antworten auf diese Fragen kriegen werden. Also ich glaube, was so diese ganze Hangman-Sache angeht, denke ich schon, weil es muss irgendein dunkles Geheimnis noch geben in dieser Familie. Hat sie sich irgendwie für ihren Bruder, also zum Beispiel der Bruder hat sie auch weiterhin in Arkham besucht, hat sie ihren Bruder vielleicht einfach nur geschützt, der vielleicht irgendwie so ein, es gibt ja auch die Sexualpraktik, dass man sich wirkt und so, dass er halt so jemand war, der das halt einfach immer übertrieben hat, aber sie liebt ihren Bruder halt über alles und hat sich halt quasi geopfert, damit ihr Bruder nicht in den Knast kommt, weil sie ihn so liebt und deswegen ist er auch immer aufgetaucht, um ja, aus schlechtem Gewissen heraus, keine Ahnung. Und war halt der Pinguin auch der Fahrer vielleicht vom Bruder, also irgendwie, obwohl, nee, Quatsch, der Pinguin kennt, haben der Pinguin und der Bruder sich erkannt in der ersten Folge? Ja, der wusste, klar, klar, der wusste schon, wer das ist. Ja gut, wenn er der Fahrer, der Schwester war, dann wird er die schon kennen. Dann werden die sich schon kennen. Wer weiß, wer weiß, ja, aber ja. Also es ist schön, dass wir ein bisschen was zum Spekulieren haben in diesem Podcast, aber ich finde es ehrlich gesagt einfach ein bisschen seltsam erzählt, diese ganze Hangman-Sache, weil wenn ich jetzt ein kompletter Neuzuschauer wäre und irgendwie in der ersten Folge wird gesagt, ja, die ist der Hangman und bla 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 und das bedeutet alles gar nichts für mich, nur weil wir drei Nerds wissen, dass das irgendeine Comic-Referenz ist, hängen wir uns das dran und versuchen das irgendwie zu entschlüsseln, aber ich finde es wirklich so beiläufig, wie da teilweise nur so immer wieder kleine Krümel ausgeworfen werden. Ich frage mich, ob das normalos überhaupt komplett verfolgen können, weil das alles wirklich relativ untertourig erzählt wird. Vielleicht ist das denn auch einfach scheißegal. Vielleicht. Ich finde es, ja, keine Ahnung, ein bisschen komisch, weil wir wissen ja auch nicht, wer, also sind das irgendwie wichtige Leute oder wichtige Personen gewesen, die da umgebracht wurden. Das ist also kein richtig spannendes Mystery, wer denn irgendwann mal vor zehn Jahren ein paar Leute aufgehängt hat. Andererseits, keine Ahnung, vielleicht machen sie irgendwie in zwei Folgen nochmal einen großen Reveal draus oder so. Ich bin dann noch ein bisschen, ein bisschen leicht irritiert über die Art, wie das gerade so Stück für Stück aufgelöst wird oder auch nicht aufgelöst. Aber ich glaube schon, dass wir es, dass wir ein bisschen was darüber erfahren werden, weil sonst würde man nicht so Szenen schreiben, wie Sophia, die irgendwie beim Psychiater irgendwie Panikattacken hat oder irgendwie panisch aus dem Schlaf aufwacht. Das muss ja, das muss ja irgendwo hinführen. Ja, mal schauen, ob eine Zweitsichtung hier irgendwas bringen wird. Ob man, wenn man dann halt diesen finalen Twist kennt oder meinetwegen finalen Twists, ob die in irgendeiner Form dann nochmal neue Perspektiven auf die Szenen geben. Ich hoffe es ja, sage ich mal. Ja, dann haben wir die Szenen, wo wir dann unter anderem auch diesen Johnny Vitti halt in flagranti erwischen, wie er gerade mit irgendeiner Frau schläft, die der Ossi quasi dazu animiert hat, das zu tun. Ich weiß nicht so genau, jetzt wird der, die bauen jetzt halt Gegendruck auf. Er hat versucht, Sophia anzukacken, hier fliegt man nach Italien, jetzt machen sie halt Gegendruck. Ich weiß nicht so genau. Ja, das ist die Frau vom Chef, ne? Das ist die Frau von Luca. Ach, das ist die, wo der wir schon Fotos haben, oder was? Genau, genau. Ja, genau. Ah, ich dachte, es wird endlich aufgelöst. Nee, nee, es wird jetzt endlich, man hat sie daran erkannt, dass sie lange blonde Haare hat. Keine Ahnung, das war so irgendwie, einfach nur so dieses Ding und dass halt er natürlich nur mit dieser Frau regelmäßig Sex hat. Aber nee, er kennt sie halt beim Namen und er geht auch zu ihr hin und sagt ja hier, ich muss dich um einen Gefallen bitten, es wird ein bisschen pieksen. Ähm, ha, 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 Innuendos und so. Ähm, es ist halt einfach ein bisschen so der Payoff von dem, was ja die ersten zwei Folgen geteased wurde, dass er ausgerechnet gegen den, was in der Hand hat. Und wo man irgendwie, ja, man die ganze Zeit dachte, okay, warum guckt er sich immer wieder diese Fotos an? Ich glaube, das war für uns als Zuschauer gedacht, damit wir wissen, dass eine blonde Frau und wenn man sieht, dass sie ihn reitet und man sieht sie von hinten, dass man weiß, dass das die Frau vom Chef ist, weil sie ja auch ausgerechnet genau in der Position wieder Sex haben. Also quasi wie auf den Fotos, äh, damit wir als Zuschauer in der Lage sind, das zu entziffern. Oder eben auch nicht, weil es nicht deutlich genug gesagt wird. Und, äh, kein Wurf da jetzt an dich, äh, an die, sondern es ist ja wirklich einfach nicht, es geht Schlag auf Schlag, ja, so ein bisschen, weil man halt über den Plan ja auch nicht direkt was weiß. Und was man da ja auch wieder sieht, ist, ähm, wie respektlos mit Pinguin umgegangen wird und er kriegt halt richtig verbal so einen auf den Sack und da auch wieder wegen Hangman und so, man sieht halt, dass Ossi seine, ähm, Gewaltausbrüche nicht unter Kontrolle hat. Er schiebt nämlich dem Typen irgendwann, als er ihn beleidigt, so krass das Smartphone in den Mund, wo ich dann jetzt nicht ganz gecheckt habe, wo jetzt das krasse Drama ist. Ich, weil, also es tut bestimmt, fühlt sich nicht geil an, ein Smartphone mit vollem Druck in den Mund gedrückt zu kriegen. Aber es war jetzt nicht irgendwie, dass er versucht hat, ihm irgendwie den Kiefer damit zu brechen oder die Zähne rauszudrücken. Also ich hab's nicht so, versteht, was ich meine? Es war als Gewaltakt ein schwer zu lesener Gewaltakt. Ich hab's auch erst, ich hab's auch erst ein paar Sekunden später gerafft, dass es das Smartphone ist und nicht irgendwie er mit den Händen, mit einem Messer irgendwie die Zunge packt oder sowas. Ähm, ja. Ja, ja, das war so ganz komisch. Und, dass Sophia halt in dem Moment, glaube ich, wirklich ein Stück weit beeindruckt war. Dass er sich rausnimmt, dem jetzt einfach mal richtig auch physisch Paroli zu bieten und damit auch Klarstellung bezieht zum Beispiel und sich eben jetzt hier sogar auch ein bisschen was rausnimmt zu Gunsten Sophias. Ich denke, das ist hier das Wichtige in der Szene. Dass sie halt jetzt scheinbar auch dann in dem Moment denkt, okay, der meint's ernst und der verteidigt quasi unsere Sache im Zweifel auch. Ja, ich fand, sie wirkte eher so ein bisschen so, wie als ob sie das Ganze schon kennt von ihm. Also, weil sie ja so ihre Kippe weiterraucht und so ein bisschen genüsslich oder eigentlich relativ regungslos dem Ganzen so ein bisschen beiwohnt. Hatte ich in dem Moment das Gefühl. Also so, ah, okay, die kennt das und die lässt die beiden Jungs das jetzt gerade mal unter sich ausfechten, weil die regeln das schon. Ähm, naja, und er hat ja, und sie hat ja auch recht in der Annahme, weil am Ende ruft der Typ halt bei den Triads an und sagt so, yo, let's go, lass uns die Drogen verticken und sie sind da, wo sie ihn haben wollten und es ist ja auch noch die Frage, was hat denn das für Konsequenzen innerhalb der Falcons, weil der Typ darf das ja natürlich nicht sagen, weil sonst outet der sich ja, dass er mit der Frau geschlafen hat. Ähm, das heißt, kriegen wir hier Game of Thrones mäßig einen Bösewicht, der jetzt noch mehr Grund hat, wütend zu sein und auch nochmal ein Scheme aufbaut, weil das war ja, finde ich, was, was man so bei anderen Erzählungen kennt, dass so ein Charakter dem übel zugespielt wurde, wo man dachte, ja, okay, man hat den ja eh safe in der Hand, der ist aber nicht dumm, dass der dann plötzlich überraschend, weiß nicht, mit einer Armbrust um der Ecke steht und jemandem auf den Klo erschießt. Ja, vielleicht, ja, ich glaube, dem seine Tage sind einfach gezählt, vor allem, weil ja die Maroney-Familie auch die Fotos hat von ihm und die haben sie ja Stimmt. Ozzy abgenommen. Ja, Sophia und den Pinguin gegeneinander auszuspielen. Aber wie Sophia ja später dann sagt so, ja, das weiß ich ja alles schon. Ich weiß ja schon, dass du über mich, du hast mich, ja, du hast mich ja schon geframed und du hast ja, ich kann mir schon vorstellen, was du alles über mich erzählt hast. Also die Beziehung, die die mal hatten, hat ja einen Knacks. Ja. Hm. Jo, du hattest, Morita hat es glaube ich, der hat es beide in der letzten Folge erwähnt, dass euch die Klamotten von Sophia aufgefallen sind und was mir jetzt aufgefallen ist, ist auf jeden Fall das Kleid, das sie im Club trägt. Das fand ich irgendwie ein bisschen schräg. Also es war nicht das Party-Outfit, es war aber aufgrund der Frisur auch nicht so schick-schick. Das ist jetzt mir das erste Mal aufgefallen, dass ich das irgendwie, ja, weiß ich, fehlplatziert oder was ich einfach verrückt und zwar im wahrsten Sinne des Wortes finde. Ja, keine Ahnung, das ist mir aufgefallen auf jeden Fall. Ich hab's ein bisschen gefeiert. Ich fand, das war das erste coolere Outfit von ihr. Passt gar nicht zu Ossi auch, der daneben steht mit seinem weißen Anzug. Gar nicht. Okay, er sieht halt echt, das ist ja irgendwie das Paradoxe wirklich an dieser Serie, dass er am meisten nach Comic aussieht, aber dann zwischendurch so angezogen ist in der Folge wie so ein normaler Drogenboss in Miami weiß. Ja, ist es so ein Club, in dem wir feiern gehen würden, Jungs? Alle nehmen Stellen auf Drogen, rotes Licht, Frauenanteil von 90 Prozent. Das stimmt. Aber es wird ja auch ein bisschen erklärt, was da los ist, dass halt quasi der Eskapismus der Jugend, die keine Zukunft hat in Goffin, da halt ist und dass deswegen diese Droge halt auch so anschlagen wird, weil die Leute wird ja auch so ein bisschen dieser Blick auf menschliches Verhalten geworfen, dass Menschen, die müssen sich eigentlich um ganz andere Dinge kümmern, aber die wollen halt einfach fliehen, die wollen Spaß haben und sich ablenken von dem Schlechten auf der Welt und deswegen ist auch diese Droge mit dem passenden Namen Bliss, die dich halt einfach nur in Ekstase versetzt, was einfach, weiß nicht, am Ende ist es ja einfach so ein over glorified MDMA hoch zehn so und das wird ja dann auch so dargestellt, als die das dann alle nehmen, die sind ja alle auch hoch sexualisiert und das ist alles, der Club ist ja auch so aufgebaut mit diesen coolen Silhouetten, die da an den Wänden sind und ich mochte das Setdressing sehr, ehrlich gesagt und wenn ich frage, würde ich da vorangehen, es würde wirklich drauf ankommen, was für Musik da spielt, aber das Publikum ist ja okay und meistens bei Technopartys interagiert ja eh niemand miteinander, weil alle einfach nur Trupp sind und wir sehen halt und da wird ja dann auch nochmal visuell nochmal ein bisschen auf die Kacke gehauen, weil wir sehen halt Vic, der halt sehr viel Verantwortung kriegt, er hat davor nämlich in einer Situation, wo er von der Polizei fast hops genommen wird, merkt man ihm an, dass er das Spiel verstanden hat, indem er den Bullen einfach schmiert und deswegen davon kommt und Pinguin ist auch sichtlich beeindruckt oder findet das cool, dass er halt geschafft hat zu adaptieren und er ist jetzt in dieser doofen Situation, er hat voll viel Verantwortung, weil er ist quasi der Backboy, er ist der, der die Prostituierten, die die Drogen an die Leute bringen, indem sie die so, hey, probier das mal, das macht doch voll Bock und willst nicht ein bisschen was von mir kaufen, den Mädels immer neue Drogen zusteckt, während er eigentlich ein Zeitlimit gesetzt gekriegt hat von seiner Flamme und zwar haut die nämlich bald mit dem Bus ab und wartet halt auf ihn, dass er jetzt auch kommt, weil der Bus fährt halt in einer Stunde oder so los, während er gerade den größten Schritt in seiner Karriere machen muss und seine Psyche spielt ihm dann irgendwann ziemlich ordentlich mit. Ich glaube, Heiko, du wolltest ja gerade eben schon noch was zum Club sagen und wenn wir jetzt dann über diese Sequenz reden, kannst du ein bisschen eskalieren. Ich wollte gerade noch eine Sache einwerfen, als der Pinguin zu ihm zum ersten Mal gesagt hat, here you are, Batman. Habt ihr da auch Batman verstanden? Oder bin ich schon so ausgehungert, dass ich jede Referenz auch noch so halbe Seiden irgendwie herbeisehne, dass mal Batman gesagt wird oder irgendwas. Naja, ich habe dann auch gemerkt, dass er Batman gemeint hat. Er hat ja ein Bag auf dem Rucksack, auf dem Rücken. Seine Ruckbag. Bag, Bag. Oh Gott. Zeigt mir einfach mal ganz kurz, dass Batman in dieser Welt existiert, Leute, bitte. Naja, nee, aber das ist, wie du ja gesagt hast, das ist diese Sache, der Club sieht super geil aus und er sieht super geil aus und Vic benimmt sich da auch, fühlt sich, glaube ich, zum ersten Mal so ein bisschen wohler. Er hat jetzt irgendwie diesen Job, er hat die Aufgabe, er hat die Verantwortung, er hat irgendwie diese Ladies, die da die Drogen für ihn verticken, mit der einen tanzt er sogar. Also das sind alles, das alles lockt. Das Leben, das gruselige Crime-Leben hat auch seine schönen Seiten und die wirken erstmal ganz gut, bis dann plötzlich irgendwie die Show losgeht und irgendwie so ein paar Lichter angeschaltet werden oder explosionsartige Soundeffekte abgespielt werden. Es ist nicht ganz klar, wie viel davon wirklich im Club passiert, weil Vic hat so posttraumatische Flashbacks zurück zu dem Abend, als eben die Bomben vom Riddler losgegangen sind und seine Eltern eben umgebracht wurden und plötzlich hat er eigentlich so eine Panikattacke, oder? Also er lässt die Drogen fallen, der Boden bebt förmlich, er sieht irgendwie Leichen an ihm vorbeischwimmen, was ich auch echt eine sehr, sehr coole, eindrucksvolle Szene fand, diese Silhouetten, die an ihm vorbeitreiben und dieses eine Mädel, mit der er diesen kurzen Moment hatte auf der Tanzfläche, die reißt ihn dann so ein bisschen wieder raus und ich glaube, das ist dann auch der Moment, wo er merkt, okay, so schön der Abend jetzt war oder so gut sich das hier alles angefühlt hat, ich kann das nicht machen, ich bin für dieses Leben nicht geschaffen, er geht in die Toiletten, ich glaube, übergibt sich einmal da oder wüscht sich das Gesicht ab und macht sich frisch, hudelt sich die Nase und dann kommt schon der total glückselige Cobblepot, Entschuldigung, Oswald Cobb rein und ist ganz happy, weil der Deal mit den Triaden halt steht und da sieht er halt, dass Vic auf dem Handy rumtippert, nimmt ihm das Handy ab und ja, kriegt eben mit, dass er offensichtlich geplant hat, ihn zu verlassen und das schmeckt ihm überhaupt nicht. Ja, aber dann lass doch gleich mal auch auf seine Entscheidung zu sprechen kommen, nämlich warum sich Vic ja dann doch für das Leben als Gangster entscheidet. Ja, okay, er hat dann dieses, das ist ja eine Auseinandersetzung, im Nachhinein ist es ja einfach nur Teil seiner Grundausbildung mit Os und okay, dann geht er halt eben los, er klaut quasi das Auto und fährt zu diesem Busbahnhof, sieht da seine Freundin in den Bus einsteigen und lässt sie dann aber alleine abfahren und das habe ich nicht ganz verstanden. Also, ja klar, wäre blöd, wenn der jetzt in der dritten Folge schon aussteigen würde, klar, aber so richtig nachvollziehbar finde ich es nicht. Findet er einfach den Thrill so gut oder findet er das Gefühl gut, gebraucht zu werden von Os? Warum ist er zurück zu ihm? Ich muss noch eine ganz kurze Sache erwähnen, die ich nämlich echt gut beobachtet fand, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, dass Oswald in der Restaurantszene ja darauf besteht, dass der Kellner ihn nicht unterbricht bei seinem Stottern und irgendwie den Kellner anscheißt und sagt so, nee, du lässt ihn jetzt ausreden, niemand hat dich zu unterbrechen. In dem Moment, als Vic und Oswald ihren Streit im Klo haben von dem Club und Oswald so mitbekommt, ja, der will mich jetzt hier verlassen und der denkt, der findet es wohl so fürchterlich, mit mir zusammen zu sein. Da ist er ja offensichtlich verletzt und Vic fängt wieder an zu stottern und Oswald unterbricht ihn einfach direkt und hat also überhaupt nicht mehr dieses Feingefühl in dem Moment, dass er vorher so ihm ja mitgegeben hat. Das fand ich echt gut, weil man auch gemerkt hat, ja, also so erleuchtet, so woke ist der Pinguin dann doch nicht. Ja, ja, genau. Also es reißt einen wieder so immer so schön ein, also dass man so denkt, ach guck mal, der ist ja echt einer von den Guten vielleicht oder doch noch am gutesten von den Bösen und dann so, ah shit, der ist halt am Ende auch nur ein Arsch und ja, also ich finde halt auch, dass Vic, wie er in dieser Folge, also es ist ja diese, hat man ja auch schon oft gemerkt, wenn so ein Charakter vor so einer großen Entscheidung steht, er hat ja auch so eine interessante Angst und das fragt ihn ja auch der Pinguin und macht ihn das dann sehr plakativ wahr, indem er ihm eine Knarre an den Kopf hält und sagt so, so hast du dich also die ganze Zeit gefühlt, wie als ob du so gefangen gehalten wirst von mir. Hast du gedacht, ich bring dich um oder was? Und Pinguin hat ja wirklich gedacht in seiner verzerrten Wahrnehmung, dass er ihm echt was Gutes tut mit diesem Leben. Also weil er sich ja glaube ich wieder in dieser Rolle gesehen hat von diesem Mafiosi, den er als Kind so toll fand, dass er so ist so, ey guck mal, so jemanden wie dich, den hätte ich als Kind gebrauchen können und ich gebe dir alle Werkzeuge an die Hand, dass es dir gut geht und du wirfst es halt hin für irgendeine Flamme. Und ich weiß nicht, auch das, wenn man da wieder vielleicht in irgendeinem Serienhai sich zu sehr reindenkt, kann man den Pinguin ein bisschen verstehen für einen kurzen Moment. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur schon zu korrumpiert von Gotham City. Ja, aber trotzdem, jetzt mal zurück zu meiner Ausgangsfrage. Könnt ihr verstehen, warum er sich dann doch, also warum sich Wick dann doch für Cop entschieden hat? Für das Gangsterleben? Ich glaube, er hat sich nicht für das Gangsterleben entschieden, sondern für seinen moralischen Kompass, dass er den Typ nicht im Stich lassen kann. Weil, was man ja sieht in der Parallelmontage zu Wick, der zu der Freundin fährt und ihr zuguckt, wie sie in den Bus einsteigt, ist ein Oz, der völlig am Boden zerstört ist. Also der ja eben noch total euphorisch ist und man merkt, dass ihm die komplette Freude des gelungenen Deals halt ist ihm aus dem Körper gewichen. Also, und ich glaube, das soll uns so ein bisschen zeigen, dass die Verbindung zwischen den beiden so toxisch, die ist halt vorhanden und ich glaube, Wick hat das einfach aus Pflichtgefühl gemacht, dass da halt jemand ist, der an ihn geglaubt hat und ihn versucht hat zu unterstützen. War meine Wahrnehmung, dass er das gemacht hat. Okay. Widersprich mir doch bitte. Nee, nee, ich fand ich, finde ich legitim. Ich glaube, es ist bewusst ein bisschen offengelassen. Wir haben jetzt nicht den einen Punkt, weswegen er sich dafür entschieden hat. Das wissen wir noch nicht. Werden wir wahrscheinlich rausfinden, wenn die beiden sich das nächste Mal wieder treffen und also beziehungsweise das nächste Mal wieder miteinander sprechen können. Aber ich meine, Oswald hat ja auch eine große Standpauke im Endeffekt gehalten und hat ihm gesagt, dir dein Vater, der Weg meinte, mein Vater würde sich für mich schämen, wenn er wüsste, dass ich jetzt irgendwie so Sachen mache. Und Oswald meinte ja dann zu ihm, das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Man muss sich dafür schämen, wenn man im Endeffekt einen guten Job macht als Mechaniker und man hat nicht genug Kohle, um irgendwie über die Runden zu kommen. Das ist das das Schambehaftete. Und Wick ist ja hin und her gerissen zwischen was kann ich erreichen, was ist meine Chance, ist das hier eine Chance, ist das ja einfach nur mein Todesurteil oder ist das vielleicht irgendwie doch mein großer Durchbruch. Also der ist ja wirklich hin und her gerissen und in letzter Konsequenz konnte er sich halt doch nicht dazu durchringen, all den Vorzügen und eben der Freundschaft mit Oswald so kaputt, wie die halt auch ist, den Rücken zu kehren. Aber ich bin mir sicher, wenn die beiden wieder Gelegenheit bekommen zu sprechen, werden wir es nochmal aus seinem Mund erfahren. Apropos Gelegenheit zu sprechen, es gibt ja zwei Charaktere, die sehr viel miteinander sprechen zum Ende der Folge hin und das haben wir ja eben schon sehr viel angeschnitten und zwar gibt es endlich eine Aussprache zwischen der vermeintlichen Hangwoman und Pinguin und sie stellt ihm ja die ganz geile Frage, war es das eigentlich wert und ich fand es so angenehm, dass er so ehrlich sagt, ja, war es, schau mich an, ein Typ wie ich, selbst das kleinste Stück vom Kuchen, dafür hat es sich gelohnt, eine Freundschaft zu verraten, weil es ist immer noch besser als das, was mir im Leben sonst geboten wird und ich fand das relativ geil, dass er so ehrlich ist und auf interessante Art und Weise hatte ich das Gefühl, dass sie es auch gut findet, dass er so ehrlich das sagt, weil er halt eben immer lügt und hier sehen wir ihn zum ersten Mal 100% authentisch. Hm. Ist das eine, da ist, mehr als Freundschaft steckt da aber nicht drin, oder? Ich glaube nicht, dass das was Romantisches war. Also Männer und Frauen können auch einfach befreundet sein. Und die sind ja barely befreundet. Also die können es im Moment kurz zusammen in einem Raum aushalten. Ich glaube, das ist das Maximum, was die beiden noch erreichen werden. Die werden niemals Freunde. Also niemals, auch und auch vorher bin ich mir gar nicht sicher, wie befreundet die wirklich waren. Ich meine, er war ihr Fahrer und das ist ja alles auch kein Szenario, in dem irgendwie eine enge Freundschaft wahrscheinlich gewachsen ist. Also die waren vielleicht friendly. Bei Whitney Houston und Kevin Costner hat das mit dem Bodyguard sein aber auch ganz gut funktioniert. Gut, Kevin Costner sah damals auch ein bisschen anders aus als der Hinguin. Das stimmt, ja, absolut. Ja, geil. Und am Ende, da eskaliert es dann krass, so krass, dass wir in einem großen Cliffhanger sind, denn die Maroney-Familie ist am Start. Die Person, von der ich weiß, dass sie US-Iranerin ist und deren Namen ich auf jeden Fall nicht nochmal wiederholen werde, die wir aber auf jeden Fall schon auch in einem anderen Recap besonders toll fanden. Sie kommt vorbei und es gibt einen großen Reveal, sie erzählt mal eben in einer riesen Haruck-Aktion auch der Sophia, dass sie nämlich eigentlich gerade hintergangen worden ist und also relativ kurzer Zeit werden alle Karten auf den Tisch gelegt. Das war schon ganz schön krass. Fand ich gut. Und es sieht auch nicht gut aus um unsere beiden Protagonistinnen, um Sophia und Cobb. Zum Glück ist Wick wieder am Start und der schaltet recht kurzfristig, der hat den Maserati dabei und fährt mit dem Maserati halt einfach mal volles Rohr auf den Typen mit der Waffe zu und löst, soweit kann man das sagen, die Situation auf jeden Fall erstmal wieder auf. Was da genau passiert, sehen wir noch nicht. Es ist ein großer Cliffhanger. Ein sehr großer. Also es war ja wirklich, was wir bei den anderen Folgen so ein bisschen bemängelt haben, so von wegen, oh, warum will ich denn weiter gucken? Ich hab's euch ja schon gesagt, weil ja auch bei uns der Screener irgendwie so, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so, weil das Outro hat halt bei mir nie abgespielt, sondern es hat direkt aufgehört, die Folge. Und ich war so, hä? Oh nein, jetzt fehlen hier die letzten 10 Sekunden, das ist doch, was passiert? Und da hab ich ja dann die ersten 60 Sekunden der nächsten Folge geguckt, nur um zu sehen, ob irgendwas fehlt. Und ich sag mal so, quasi als kleiner Teaser für alle, wenn ihr gedacht habt, dass das Cliffhanger-Ende schon scheppert, dann wartet mal die ersten 60 Sekunden von der nächsten Folge ab, weil, ähm, ja, also ich war so, oh shit. Oh nein, warte, Moment, stopp. So große Hoffnung wollte ich euch jetzt auch nicht machen. Also immer noch im Kontext der Tonalität der Serie passiert was, wo ich so dachte, oh damn, das, wie sollen sie das denn jetzt lösen? Also war sehr geil. Ähm, ich hab, ich warte nur darauf, dass wir diesen Podcast endlich zu Ende aufnehmen. Ich werde direkt danach, äh, nämlich Folge 4 endlich gucken. ich will nämlich wissen, wie es weitergeht. Und das ist ja eigentlich endlich mal was sehr Versöhnliches für diese Serie, dass ich richtig Bock hab, weiterzugucken. Absolut. Ja, so ging's mir auch. Das war jetzt die erste Folge, bei der ich auch dachte, alles klar, ich bin jetzt drin, ich hab jetzt richtig Bock, ich will weitergucken. und das hatte ich noch nicht bei den anderen beiden Folgen. Ja, wir haben uns ja immer schon auch mal gefragt in den letzten Aufzeichnungen, ob es A überhaupt einen Grund gibt fürs Publikum nach der ersten Folge weiterzugucken, was hält einen eigentlich am Ball? Er hat dann den Vorschlag gemacht, dass es nicht vielleicht ganz schlau gewesen wäre, ähm, in dem Moment, wo dann in der ersten Folge das Auto gegen diesen Brunnen oder was ist, crasht und Sophia guckt in den Kofferraum, wir eben nicht sehen, was im Kofferraum ist, um so ein, vielleicht noch ein bisschen Entspannungsmoment aufzubauen und damit vielleicht in die zweite Folge überzuführen oder aber eben mein Vorschlag hier vom Anfang unseres jetzigen Recaps, dass man vielleicht die ersten drei Folgen am Stück hätte veröffentlichen können und vielleicht auch sollen, um jetzt hier mit diesem Cliffhanger dann wirklich, ähm, den Spannungsbogen ganz besonders hoch zu halten und damit einfach den Leuten Bock drauf zu machen, die vierte Folge schauen zu wollen. Also, ja, auf jeden Fall ist es top. Wir wollen unbedingt alle wissen, wie es weitergeht, äh, die dritte Folge war es und wollen unbedingt wissen, wie die vierte Folge dann aussieht, die übrigens Zentani heißen wird, was auch immer das bedeutet. Oh, warte mal, das muss ich googeln. Warte mal, Zentani? Zent, wie wird das? Äh, Apostroph, Ani, A-N, Doppel-N, I. Zentani oder so. Das ist ein Lied von Shindi äh, und in dem Lied sind die Lyrics Get money, fuck bitches, get money. Ja. Aha. Das, äh, ist irgendwie Cent, Cent, Centani. Also italienisch? Es ist italienisch und heißt übersetzt 100 Jahre. 100 Jahre, ja, klar. Hätte ich mit dem Latinum auch noch hingekriegt. Ah, und das ist etwas, was, äh, Mafiosi sich wünschen, von wegen, dass du 100 Jahre leben mögest. Ist ein Trinkspruch. Naja, dann schauen wir mal, wer 100 Jahre alt wird, ähm, und wer noch das Batman-Sequel erleben wird. Werden wir das Batman-Sequel noch erleben? Moment, ist ein bisschen morbid. Also ich meine wegen Altersschwund, nicht wegen Krankheiten oder sowas. Wir werden alle glücklich im Kino sitzen, versprochen. 100 Prozent. Und ist das vielleicht ein Teaser für das Aufkommen von Ras Al Ghul in der nächsten Folge? Um unsere Hörer ein bisschen, ein bisschen heiß zu machen. Bleibt dran, wir werden es bald besprechen. Vielleicht ist es ja auch ein Teaser für den Classic Adam West Batman Willem, der doch auch dieser italienische, ach, war das ein griechischer? Dieser Typ, der so immer Wein gesoffen hat. Maximus Zeus, oder? Maximus Zeus, ja, genau. Vielleicht kommt der ja vor, wer weiß. aber das Zweist hat ja nichts mit Italien, aber ich muss gerade nur dran denken, wen man noch teasen könnte als Charakter. Maxi Zeus, genau, so ist der. Der wurde übrigens in der Comic-Adaption von der Batman Animated Series dann eingeführt als ein Charakter. Das fand ich ganz nice. Lief auch, glaube ich, in so einer neuen Interpretation. Ja. Ich glaube, er lief auch bei Caped Crusader einmal durchs Bild. Hm. Ja, die Serie, über die wir mal ein anderes Mal diskutieren, da muss ich erst mal gucken, ob ich da noch weiter gucke. Sehr gerne. Also wenn du weiter gucken solltest, kann ich hier gerne die Folge nennen, die du auf jeden Fall schauen solltest. Okay. Und die ist nämlich wirklich gut. Wir können noch ganz kurz, kann ich noch Gossip einwerfen, das habe ich euch ja diese Woche gepostet, und zwar, dann könnt ihr das auch immer ein bisschen zeitlich besser einordnen teilweise, wann wir diese Folgen aufgenommen haben, aber es gab halt wieder so Interview Aussagen von Matt Reeves und seinem Team zu Batman und wie fantastisch Batman denn sein wird oder sein Batman sein wird und er hat als Beispiel gebracht, dass er halt, oder er hat auch erklärt, er möchte gar nicht fantastisch werden in Batman, sondern für ihn ist eigentlich die große Spannung, Batman in unsere Welt zu transportieren und so realistisch wie möglich zu machen. Juhu. Und er hat als Beispiel nämlich dann auch ganz konkret den Bösewicht von Batman genannt, und zwar Gentleman Ghost. Den kennt man auch nicht wirklich, weil der halt am Ende schon seit Jahren nicht mehr viel genutzt würde, außer glaube ich mal irgendwann von Grant Morrison bei Final Crisis oder so, aber das ist halt wirklich ein durchsichtiger Bösewicht mit Monockel und Zylinder und Ja. Und bei Gentleman Ghost ist er auch wieder aktuell. Das ist die beste Folge, die ich dir empfehlen wollte. Das ist die Folge mit Gentleman Ghost. Die ist fantastisch. Okay. Ja, okay, dann schau ich mir die vielleicht mal an. Ich glaube, der kam auch bei Brave and the Bold vor, oder? Ja, kann sein. Bei Brave and the Bold kam viel Cooles vor. Das ist aber interessant, weil halt Caped Crusader macht es ja auch ganz ähnlich. Die ersten Folgen sind alle komplett ohne irgendwelche fantastischen Elemente. Batman hat ja nicht mal einen Computer, weil es halt in den 30ern spielt und ist extrem gegroundet. Also nur so Verbrecher, die es halt auch im Matt Reeves-Universum geben könnte. Und plötzlich gibt es eine Folge mit Gentleman Ghost. Und das funktioniert aber dann doch überraschend gut in dem Kontext. Und deswegen hätte ich mir eigentlich denken können, ja, man muss ja nicht nur in diesem ultra-realistischen Setting bleiben. Du könntest auch bei dem Matt Reeves, könntest du dir halt einen Mr. Freeze oder irgendwas vorstellen. Das würde auch gehen. Ja, natürlich. Und es ist ja wieder das, was ich ja schon mal meinte in der ersten Folge, wo ich dann dabei war, also die letzte. Es gibt ja genug Autoren, die haben es hingekriegt, den Batman sehr zu grounden, aber ihm nicht sich dafür schämen lassen, dass er eine Comicfigur ist und coole Erklärungen dafür zu finden, warum gewisse Sachen vielleicht so sind. Und ey, lass doch den Gentleman Ghost jemand sein, der Scooby-Doo-mäßig damit spielt, ob er ein Geist ist oder nicht oder was auch immer. Also, keine Ahnung. Ich finde man, ich habe immer, also wenn ich sowas höre, dass jemand sowas sagt, ja, ich versuche Batman so realistisch wie möglich zu machen, dann ist es so, ah, du nimmst den leichtesten Weg. Und das ist dann auch oft, finde ich, leider, der, der ist monetär wahrscheinlich immer solide und erfolgreich, aber kreativ, glaube ich, der langweiligste Weg, weil, ich weiß nicht, ob ihr schon gesehen habt, von dem Absolute-DC-Universum, wie das Redesign von Batman da aussieht, von dieser, Alternativ Erde. So Kette irgendwas, ne, so ein bisschen breit. Ja, ne, wir kriegen genau ein Batman zu tun, der halt, ich glaube, sogar ein Hammer schwingt, deswegen ist auch dieses Logo auf seiner Brust einfach nur eine plattgefahrene Fledermaus und wir kriegen einen Batman mit dem Körper von Bane, weil das aus irgendeinem Grund cooler für neue Leser ist. Man soll sowas nicht immer schon judgen, bevor es rausgekommen ist, aber als jemand, der dem New 52 echt viele Chancen gegeben hat und viel so, ja, vielleicht kriegen sie es aber hin und vielleicht hat es ja was Gutes. Ich bin einfach, inzwischen habe ich zu oft Leuten The Benefit of the Doubt gegeben und bin einfach so, nein, Michael Bendis war scheiße und Scott Snyder hat seine besten Batman-Comics geschrieben, als Bruce Wayne noch tot war und Dick Batman war mit Black Mirror und alles, was danach kam, waren interessante Konzepte wie Court of the Owls, aber alles, was er danach damit gemacht hat, war absolut horrible und ich erinnere immer gerne an James Gordon als Batman. Auch das ist auf seinem Mist gewachsen. So, sorry. Sehr gut. Liebes Publikum, ihr habt jetzt also mitbekommen, wann wir das ungefähr aufzeichnen und wenn ihr das hier hören könnt, dann läuft gerade ganz fresh in den Kinos der zweite Joker. Joker ist französisch, ich kann kein Französisch, Folie a deux oder so und da könnt ihr uns ja, könnt ihr uns auch mal schreiben, wie es euch gefallen hat. Ich habe eine Redakteurin, die hat den die Tagestunden in Venedig gesehen und ich weiß ungefähr, wie es ihr gefallen hat. Die findet ihr nämlich großartig. Ich glaube, das war wieder so ein Film, der die Gemüter spaltet, unter anderem, weil er dann doch deutlich mehr Musical ist, als viele sich das ursprünglich vorgestellt hatten. Auch da könnt ihr gern eure Meinung bei uns hinterlassen, sowohl auf Social Media Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram und Blue Sky als auch natürlich bei uns im Community Hub, unserem Discord Server, den ihr findet unter tele-stammtisch.de slash discord. Dort habt ihr die Gelegenheit, mit uns in Interaktion zu treten und mal zu schreiben, wie euch The Penguin gefällt, wie euch unsere Recaps gefallen, ob ihr auch der Meinung seid, dass es vielleicht gar keinen Bezug zum Batman-Universum bräuchte oder aber eben, dass der auf jeden Fall deutlich größer ausfallen müsste und wir sehr viel mehr Easter Eggs und Querverweise zum sonstigen DC-Universum bräuchten. All das sind Dinge, die wollen wir mit euch besprechen, deswegen kommt mal eben rum, tut nicht weh, macht Spaß und manchmal, da gibt es auch andere Highlights auf diesem Server, wie zum Beispiel Gewinnspiele. Wir verlosen so viel Quatsch in letzter Zeit, das ist mega nice. Ich will auch was gewinnen. Was gibt es zu gewinnen? Ein Beispiel. Gerade aktuell zum Zeitpunkt der Aufzeichnung sind es Freitickets für das Kino-Fest. Das Kino-Fest läuft gerade in verschiedenen, also wirklich in sehr vielen, hunderten Kinosälen Deutschlands. Da kannst du für 5 Euro Filme gucken und zwar aktuelle Filme, stark reduziert und macht voll viel Spaß. In vielen Kinos gibt es da auch in Kombination dann tolle Angebote für besondere Snacks, die halt dann günstiger sind und so und da kannst du einfach mal jetzt zwei Tage, das ist Anfang September zeichnen wir auf, das ist also für euch, die ist schon total vorbei und ihr müsst ihr nächstes Jahr erst mitnehmen, aber da könnt ihr halt für 5 Euro aktuelle Kinofilme gucken gehen, das ist ganz toll und kann man mal nutzen oder Poster und natürlich Steelbooks von Filmen, also wirklich viel geiler Scheiß am Start. Nice. Also Leute, Verbrechen lohnt sich nicht, aber Gewinnspiele beim Tele-Stammtisch schon. Ein Traum. Dafür müsst ihr auch eure Freunde nicht in den Bus einsteigen lassen und wegfahren lassen. Alles gut. Geht auch so. Ja, nice. Ich hatte sehr viel Spaß heute, Jungs und ich hoffe, ihr auch. Absolut. Auf jeden Fall. Wir freuen uns auf die vierte Folge. Nächste Folge Rasagul, 100 Prozent. Ihr habt es hier zuerst. Hey Moment, eigentlich wäre das perfekt, dass wir immer am Ende einer Folge müssen wir eigentlich immer so Wetten abschließen, welche Batman-Figur auftaucht. Ja, genau. Also, okay, ich bin so gespannt. Okay, du sagst Rasagul, dann sag ich Man-Bet. Man-Bet. Logische Konsequenz. Ich sag, was ist denn realistisch? Booster Gold. Alles klar. Alles klar. War schön. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.